Hallo und herzlich willkommen und herzlich willkommen auf den Kanal, der Freude macht dich zu einer Zeit für ein bisschen in die Horror. Heute spielen wir zusammen mit A Living Nightmare. Ist mir der Unreal Engine gemacht? Ich habe keine Ahnung um was das geht. Darum heißt es, lasst mich ganz überraschen und die Spiele beginnen. New Game. Unreal Engine. Ja, du bist so dumm. Loser. Ein Kind wird verhauen. Was? Verfugel. Wir sind immer in der Zimmer. Loser. Really? Loser, Loser, Loser. Holy moly. Kann ich was tun? Battery. Wir haben eine Battery. Hier geht's raus. Ein Kinderzimmer. Ich gehe erstmal in die Wohnung. Und es knackt. Ich hole mir erstmal die Taschenlampe. Äh die Batterie. Hier komme ich nicht rein. Hier komme ich überall nicht durch. Warum? Jesus Christ. Jesus Christ. Holy moly. Aber habt ihr so ein Teil vor der Glotze? Was sind wir denn jetzt hier? Ein schönes Haus. Ein wunderschönes Haus. So viel zum Thema schöner wohnen, ne? Really? Ich gehe mal hier raus. Ein Grimm... Ein Friedhof? Zumbi? Really? Jesus Christ. Wo soll ich jetzt eigentlich hin? Was kann ich tun? What? Ich weiß, was ich tun soll, Leute. Essen? Food? Really? Continue. Really? Was kann ich hier tun? Hier ist irgendwas. Achso, eine Batterie. Wir haben immerhin eine Batterie. Leute. Ich schaue, dass ich mich wieder vom Acker mache. Aber so... Aber sowas wollen. Da schaue noch mal einer. Game over? What? Return. What? New game. Mysteriös. Wir sind ein Loser. Warum sind wir als Kind dann auf einem Friedhof mit Zombies? Warum? Wir kommen ja aus dem Haus raus. Ja, oh. Oh, zackalaka. Boom bang. Holy moly. Wir holen aber erstmal noch die Taschenlampe. Und äh, die Taschenlampe. Die Batterie. Und Schlüssel gibt's ja keinen. Ich hab zumindest mal keinen gesehen. Nein. Also geh mal raus. Also geh mal raus. Jetzt ist er schon hier oder was? Ja, scheiß. Ich wollte dann. Ich zuckel hier einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwie... Aber was ich tun kann... Ich hab ja keine Waffe oder so. Verstehst? Und sonst find ich ja hier nix. Irgendwie. Reinkommen kann ich auch nicht. Geh kann ich auch nicht. Reingehen. Ich kann höchstens meine Flashlightup machen. Hier liebt es was? Hier leuchtet auf jeden Fall was. Nee. Freunde, ich hab da keinen Plan. Kein... Kein Blasen Schimmer. Ich probier's noch ein einziges Mal. One last try. Aber ich hab ne Demo, wenn mich nicht alles täuscht. Mysteriös. Ich kann mich... Ich kann mich ja nicht wehren. Ich kann weder schlagen, noch sonst was machen. Wir sind halt der Loser. Ich kann nicht springen. Ich hab sonst nichts. Ich hab kein Inventory. Nee. Crazy. Und Schlüssel gibt's ja auch keinen. Mysteriös. Wir holen uns auf jeden Fall mal die Batterie. Bin ich denn in meinem Haus safe? Wenn die Zombies draußen warten. Sind wir am Haus safe? Wir warten mal. Wir schau' mich mal erstmal hier ein bisschen rum. Vielleicht findet man ja hier noch irgendwie was. Aber anscheinend nicht. Das sind ja nur diese komischen Bäume. Und springen kann ich nicht. Und sonst gibt's ja hier nichts in dem Haus. Ich kann weder crouchen, noch sonst was machen. Ich kann mich nur verpissen vor diesen Zombies. Ich kann mich nur verpissen vor diesen Zombies. Ich kann mich nicht durch. Hier wär ne Taschenlampe. Äh, ne Taschenlampe. Äh, ne Taschenlampe. A Flashlight. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ach komm. Jo. Oh no. Da ist ja nur, wenn er flüchten hier auch ist. Was anderes können wir nicht tun. Wir können nur blöd in der Gegend rumrennen. Jo, halt die Fresse. Und was hat das hier mit dem Brain? Mit dem Brain auf sich. Hier komm ich nicht durch. Hier komm ich auch nicht rein. Oh, die Spiko spiel ich nicht mehr ab. Da ist nur ein Haus. Wir sollten vielleicht irgendwann wieder in unser Haus kommen. Verstehst du? Aber wie? Nein. Nein. Wirklich? Nein. Wirklich? Ja. Ja. Das ist alles normal. Ja, ich bin der Fall, das ist nicht so, ich bin der Fall. Ich bin der Fall von den YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ich sag Tschö. Mit Ö und Fingerdinger. Eure lustige Rentner. Danke und good-bye. Good night. Bye. Bye. Bye.